Wie die Partizipation Jugendlicher mithilfe digitaler Medien auf kommunaler Ebene konkret funktionieren kann, zeigt die Web-Videoreihe von Jugendbeteiligen jetzt. In mehreren Folgen kommen Fachkräfte zu Wort, um mit ihnen zentrale Probleme und Stolpersteine in digitalen Jugendbeteiligungsprozessen aus dem Weg zu räumen. Heute? Worauf muss ich beim Umgang mit Daten von Jugendlichen in Beteiligungsprojekten achten? Unsere Fachleute der digitalen Jugendbeteiligung erklären Ihnen, was wichtig ist. Über das Ausrufezeichen rechts oben in der Ecke gelangen Sie direkt zur Auswahl der Fragen dieser Folge. Über die Playlist rechts neben diesem Video gelangen Sie direkt zu den einzelnen Fragen dieser Folge. Das ist Stefan Schönwetter. Er ist Programmleiter und stellvertretender Datenschutzbeauftragter bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Stefan war als Jugendlicher selbst in verschiedenen Gremien aktiv. Zudem hat er beim Projekt Think Big mitgewirkt. Seine Empfehlung für die digitale Jugendbeteiligung? Es sollte nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden, dass jede Person einfach jedes Tool benutzen kann. Was für Stefan gar nicht geht, ist, Jugendbeteiligungsprozesse für die eigenen Erwachsenen-Themen zu nutzen. Das ist unser juristischer Experte für Fragen rund um das Thema Datenschutz. Er hat Erfahrung in der juristischen Begleitung von gemeinnützigen Bildungseinrichtungen und berät und führt Seminare zum Datenschutzrecht durch. Bei den Ausführungen unseres juristischen Experten handelt es sich um eine rechtliche Einschätzung der im Video gestellten Fragen durch Rechtsanwalt Gero Klinkhammer. Bei den Ausführungen unseres juristischen Experten handelt.